Bin ich noch im Bild? Dieser Kreis ist den Göttern des Krieges geweiht. Der Wolf ist das heilige Tier des Krieges. Und dies ist der Kopf eines heiligen Mannes, für mich der Maharishi, der geopfert worden ist. Mit anderen Worten, das ist der Triumph der Magie über die Mystik. Magie ist Aktivität und Mystik ist Passivität. Der Triumph der Magie über die Mystik. Magie ist Aktivität. Wobei Mystik ist die Ausgabe von Aktivität. In diesem Film, die ich mache, »Lucifer Rising«, ich bringe die Elemente der Magie, die ich in der Leben fühle. Ich bringe die Welt, die ich in der Leben fühle.